Der erste Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos läuft und bei mir ist Sandra Navidi von Young Global. Sandra, schön, dass du da bist. Warum ist das Weltwirtschaftsforum eigentlich wichtig? Verrat uns das mal. Weil hier sozusagen alle Unternehmensführer, alle Spitzen aus der Wissenschaft, aus der Kultur zusammenkommen und einen globalen Gedankenaustausch tätigen. Trotzdem könnte man ja sagen, dass das Weltwirtschaftsforum auch ein bisschen einen Spagat schaffen muss, um auch die in Anführungszeichen normale Bevölkerung einzubinden. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass die Teilnahmengebühren ja relativ hoch sind, also zum Beispiel, was Menschen aus der Industrie bezahlen müssen. Dadurch wird aber circa die Hälfte der Teilnehmer querfinanziert oder subventioniert. Also zum Beispiel sehr junge Leute oder Leute aus dem sozialen Unternehmertum, deren Unternehmen nicht auf Gewinn arbeiten, die sich das nicht leisten können, normalerweise hier teilzunehmen. Die dürfen dann frei sozusagen teilnehmen und da werden viele wichtige Stimmen auch an Bord geholt, so von der ganzen Welt.